Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Stream-Einkündigung für Dienstag, den 20.11. Heute Abend geht's mal wieder los. Start wie immer zwischen 20 und 20.30 Uhr. Ich weiß noch nicht wirklich, was ich zocken werde. Ihr könnt da natürlich so ein bisschen in die Kommentare reinschreiben, was ihr denn gerne hättet. Ich kann euch aber nicht zu 100% versprechen, dass ich dann das spiele, was ihr gerne hättet. Ich werde da einfach heute Abend meine Launen entscheiden lassen, auf was ich Bock hab. Und das werde ich dann streamen. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Es würde mich freuen, wenn ihr heute Abend mit am Start seid. Haut rein. Bis denn dann. Türolü. Tschüss.